ja moin leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen video beim hochsauerland gaming ja wie im letzten video angekündigt ist hier etwas passiert auf der farm dazu gehe ich jetzt gleich genauer drauf ein ja wir können jetzt auch hier ernten so da würde ich sagen lassen wir einfach mal unseren helfer hier schon mal anfangen die sojabohne abzuernten ja möchte euch jetzt sofort gleich zeigen was es hier neues gibt und wie man hier links sieht die obstgärten sind da ich habe mich entschieden kurzerhand die obstgärten jetzt ja in betrieb zu nehmen dafür werden wir einmal kurz schauen was wir benötigen und bei den obstgärten wir haben hier zwei behälter wie das nun wir brauchen einmal wasser und wir brauchen Mist gut 0% ich habe vorhin schon mal reingeschaut das gleiche brauchen wir auch bei der anderen Obstplantage dann würde ich sagen werden wir jetzt zuerst einmal wasser holen dazu werden wir unser wasserfass holen ich muss einmal gerade schauen wo das hier ist da steht der glaube ich bei dem Schaf ne ja traktor mit springeigenschaften so wieviel haben wir drin 91% dürfte reichen um das erst mal kurz zu befüllen ich würde sagen wir fangen mal bei dem hinteren an dann brauchen wir hier den steilen Wigel mit hochfahren und werden einmal hier wasser auffüllen man sieht auch gleich dass die bewässerungsanlage gestartet ist die die Gebäume fangen an Früchte zu tragen ok es ist keine kapazität mehr von wasser dann fahren wir einmal rüber zum Apfelgarten wir werden dort auch noch einmal Wasser abgeben Und hier auch einmal Wasser rein. Okay, unser Bier ist leer. Wir fahren jetzt einmal hier runter. Das ist nicht gerade die englische feine Art. Das ganze auch nochmal hier runter. Ja, mit dem Rückwärtsfahren mit Drehschemel habe ich es nicht so. So, jetzt dürften wir einmal, oder auch nicht, einmal voll machen. Okay, dann fahren wir nochmal zum Apfelgarten. Weil ich glaube, dass das noch nicht richtig voll ist, dieses Wasserbasen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da durchkommen. Wir hätten auch gleich den Anhänger hier oben stehen lassen. So, dann werden wir einmal... Okay, jetzt ist der auch voll. Dann würde ich sagen, lassen wir den Anhänger einmal hier stehen. Wir werden uns jetzt um die Mistproduktion kümmern. Und dazu werden wir jetzt einmal Mist holen. Wie viel haben wir nicht an Mist, aber sollte reichen, denke ich mal. Okay. So, dann werden wir den einmal hier platzieren. Okay. Dann schauen wir einmal... Den brauchen wir jetzt nicht. So, dann werden wir hier einmal den Mist rausholen. Okay. So, dann werden wir hier einmal den Mist rausholen. Mal schauen, ob wir den Anhänger voll kriegen. Wenn nicht, müssen wir uns einmal, ja... Und falls wir den Anhänger nicht voll kriegen sollten, oder auch wenn wir ihn voll kriegen... Würde ich sagen, müssen wir das ein bisschen aufteilen. Dass wir überall so ein bisschen mal was reinketten. Dass wir, ja, quasi überall nur ein bisschen drin haben. Weil ich glaube nicht, dass der Mist reichen wird. Um beide vollständig aufzuformen. Ja, jetzt sind wir die noch rein. Ja. Wird wahrscheinlich auch die letzte Schraubel sein, die wir voll haben. Dann füllen wir das jetzt hier rein. Okay. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das jetzt einmal dabei. Weil das, was wir jetzt noch hier drin haben, das ist wirklich nicht mehr viel. So, was macht unser Helfer? Ja. Ja. Ist auch gleich voll zum Abtanken. Würde ich sagen, fahren wir jetzt mit dem schon einmal hier rüber. Werden den Drescher einmal abtanken. Ach, was ich gerade im Hintergrund sehe, unsere Bäume. Wir fahren einmal kurz hier bei den Bäumen vorbei. Ja. Das ist doch ein schöner Anblick. Unsere Bäume wachsen ungedeihend. Ich habe mal grob gezählt, wie viele Bäume wir hier angepflanzt haben. Also ich schätze mal, das sind ungefähr 500. Die hier auf diesem Feld stehen. Das sind 500 Bäume. Damit können wir schon mal reichlich unser Sägewerk füttern. Wenn es dann soweit ist. Also ich denke mal, vielleicht noch ein oder zwei Folgen. Und dann werden wir uns dem großen Holzprojekt einmal widmen. Das dann auch ein bisschen intensiver ist. Was auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Dazu gibt es dann aber demnächst mehr. So, jetzt tanken wir einmal den Drescher ab. Dass unser Helfer weiterfahren kann. Wenn der Drescher nämlich steht, dann verdienen wir kein Geld damit. Und ja. Geld können wir gut gebrauchen. Weil der Harvester ist nicht gerade billig. Und auch unser LKW ist nicht billig. Also wir brauchen ungefähr, um diese beiden Fahrzeuge zu kaufen, um noch ein bisschen Geld im Restpuffer zu haben. Schätzungsweise um die 800.000 Euro. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Und ja. Müssen wir weiter ernten. So, okay. Drescher haben wir abgetankt. Füttern brauchen wir jetzt auch nicht. Ich sehe aber gerade, wir müssen auch bei den Tieren sauber machen. Das werden wir einmal jetzt anlegen. Mit dem Hopcat. Und dazu legen wir einmal unsere Ballenzange. Und wir werden jetzt mit dem Hopcat einmal rüber fahren zum Kuhstall. Weil da liegt nämlich unsere Schaufel. Also der Hopcat ist schon klasse. Also das ist wirklich ein gutes Gefährt. Zumal wie bei mir hier, wenn man alles auf dem engsten Raum stehen hat. Und keine großen Fahrwege hat. Ähm. Ist der Hopcat schon ganz nutzlich. Bei größeren Fahrwegen. Würde ich dann wirklich schon empfehlen. Und ja. Einen Radlader. Oder den Teleskoplader. Oder den kleinen Weidemann zu nehmen. Und das einfach dann. Ja. Weil der einfach schneller ist. Aber für meine kleinen Zwecke hier. Oder für meine kleinen Wege. Die ich hier habe. Reicht das vollkommen aus. So. Dann werden wir das einmal jetzt hier sauber machen. So. Dann müssen wir die Schaufel einmal leeren. Ich hoffe auch, dass wir noch Kapazität haben. Ne. Haben wir nicht. Wir haben keine Kapazität. Moment. Ich schaue einmal kurz nach. Wenn er dann dann mal fertig ist mit Sprache. So. Dann gehen wir einmal rein. Bei die Kühe. Und sehen. Heu Silage. Ist voll. Hm. Das ist jetzt natürlich ein kleines Problem. Weil ich habe nämlich. Nur eine Schaufel. Ja. Wo machen wir jetzt die Silage ein. Was ist eine gute Frage. Ich würde sagen. Weil wir dies im Moment nicht benötigen. Dann kippen wir das einmal hier hin. Weil ich die Schaufel frei brauche. So. Dann können wir einmal bei den Milchern sauber machen. Aber das werde ich zum späteren Zeit machen. Ich möchte jetzt einfach gerne mal den Mist verteilen. So. Wir haben 74 Prozent. Der Hänger ist nicht voll. Vielleicht wäre es noch interessant einen Schweinestall zu bauen. Weil Schweine produzieren Gülle und Mist. Weil wir brauchen den Mist ja auch für unsere Düngerproduktion. Und ja. Wir haben so ein bisschen Mist. Engpass sage ich mal. Okay. 74 Prozent. Und wir werden jetzt die Hälfte mal rein machen. Das sind 37 Prozent. Also bis 37. Und den Rest kippen wir dann in die andere Seite. So. Dann kippen wir das jetzt hier vorne noch rein. Ja. Jetzt was mit diesem Gelände. Das habe ich nicht gerade gut gelöst. Aber können wir jetzt auch nichts ändern. So. Machen wir den Rest nämlich hier rein. Okay. So. Okay. Wir haben jetzt die Obstgärten am Laufen. Wir werden jetzt einmal kurz gucken gehen. Was wir hier haben. An den Obstgärten. Ja. Wir haben Wasser. 4.000 Liter voll. Füllstand Mist. 74 Prozent. Ja. Dann lassen wir diese Früchte mal hier ihres Amtes tun. Das sieht schon gut aus. Mit dieser Bewässerung. Schubkarre vermisst. Hinsetzen wollen wir uns nicht, weil wir zu viel Arbeit haben. Ja. Das gleiche passiert natürlich auch hinten bei der Orangenplantage. Lassen wir unsere Früchte jetzt einfach mal wachsen und gedeihen. So. Dann können wir einmal kurz reingucken. ins Global Company Menü. Da ist aber. Ja. Sind die Bäume nicht vorhanden. Okay. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das machen wir einfach mal mit unserer Hofarbeit weiter. Der Träscher hat 51 Prozent. Dauert noch ein bisschen bis der voll ist. Dann würde ich einfach mal sagen. dass wir jetzt hier trotzdem weitermachen. Einmal kurz die Tiere sauber machen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. fahren wir einmal rüber zum Zweiten in der Stall. Und ich habe nämlich auch vorhin etwas gesehen. Ich habe vorher schon mal ein bisschen gespielt und reingeschaut. wie das denn mit diesen Obstgärben so funktioniert. Wie das denn mit diesen Obstgärben so funktioniert. sind. Sonst sinkt unsere Produktivität. Und ja. Wir brauchen halt einfach das Geld um dieses Forstbeleck zu starten. Da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Wenn das dann los geht mit der Bretterproduktion. Mit der Palettenproduktion. Die Hackschnitzel. Ich habe auch schon noch einen Mod gefunden. Ähm. Was wir aus diesen Hackschnitzeln machen können. Ähm. Dazu möchte ich aber noch nicht so viel erzählen. Weil das möchte ich dann einfach, ähm. Ja. Erzählen wenn es dann soweit ist. Finde ich einfach, ist äh besser. Boah. Da kommen wir später mal drauf zurück. Wir werden jetzt ähm. Uns einmal mit äh. Diesem Traktor. Mit unserem großen Fend. Und unsere Sämaschine schnappen. Wenn wir hier einmal langsam machen. Jetzt haben wir mal wieder den fliegenden Traktor. Und werden mit der Sämaschine schon einmal rüberfahren. So. Vollgemacht habe ich die schon. Dann fahren wir einmal auf den kürzesten Weg zum Feld 13. Ja. Was sehen wir als nächstes an. Wir haben jetzt nochmal Sojabohne. So. Wir haben jetzt einmal Sojabohne und nochmal Sojabohne. Hhm. Ist jetzt die Frage. Was wir jetzt machen. Was haben wir denn noch. Ölwärtig. Graslich. Weizen. Ja. So. Ich würde einfach sagen. Wir säen jetzt einfach mal Weizen an. Weil dann kann ich den zweiten Ladewagen, den ich habe, mit Stroh voll machen. Und kann den auf dem Hof schon mal ein bisschen platzieren. Weil was wir haben, das haben wir. So. Auch dies lasse ich wieder vom Helfer machen. So. Für ihn haben wir jetzt keine Verwendung. Gras mähen müssen wir auch. Ja. Da haben wir leider nichts mehr. Schade. Dass wir kein Mist mehr haben. Wir brauchen glaube ich echt noch einen Schweinestall. Um einfach mehr Gülle und mehr Mist zu produzieren. Weil wir mit den Kühen alleine von der Produktion nicht ausreichen. Es ist zu wenig um dies alles zu befüllen. So. Dann tanken wir einmal den Drescher ab. Bevor der hier zum Stillstand kommt. Ist auch gleich fertig mit dem Feld. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht von diesem Restgeld noch ein Feld kaufe. Um mehr Geld herein zu bekommen. Aber ich weiß nicht. Ich habe mit diesen Feldern jetzt... Es ist ein gutes Einkommen. Klar. Man kann natürlich mehr machen. Aber wenn ich jetzt natürlich noch ein Feld kaufe, dann ist das Geld weg. Und ich brauche jetzt ungefähr die Hälfte von dem was ich brauche für unsere Holzaktion. Oder für das Holzprojekt. Wo wir bald starten werden. Und ja. Würde ich dann einfach sagen, wir kaufen dann einfach ein Feld, wenn wir mit dieser Holzproduktion angefangen haben. Und dann mit diesen Hackschnitzeln auch Geld verdienen. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns einfach die nächsten Felder. Ich habe dann noch vor. Einmal zeige ich euch jetzt. Habe ich vor. Und zwar möchte ich gerne Feld 12 noch haben. Das passt hier noch gut rein. Das kostet aber auch 453.000. Feld 22 noch. Vielleicht, wenn das mit der Holzproduktion gut laufen sollte. Auf 21 haben wir lauter Bäume stehen. Vielleicht, dass wir Feld 22 auch noch Bäume anpflanzen. Und dann haben wir auf jeden Fall ausgesorgt. Aber ich brauche halt auch genug Felder, um mein normales Ernteeinkommen noch zu haben. Das wäre dann 12, 14, 7, 6. Gut, Feld 16 ist auch ziemlich groß. Könnte man hier einfach rüberfahren. Muss ich dann gucken, wenn es soweit ist. Ja, gut, weil der Helfer schon am Sehen ist, müssen wir jetzt unseren Ablade-Lkw einmal umparken. Nicht, dass wir da irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Den parken wir einfach mal hier im Nachbarfeld. Ist auch, ja, ein bisschen getarnt. Da ist Mais auf dem Feld. Ja, ist fast getarnt. Wenn er noch ein bisschen kleiner wäre, würde man ihn gar nicht sehen. So ist das halt. Brauchen wir alles nicht. Unser Helfer ist fleißig. Am Weizen säen. Und dazu kurz noch zu sagen, unser Hof-Silo ist voll mit Weizen. Also ich kann dem Hof-Silo davon nichts mehr speichern. Wir werden deshalb den Weizen komplett verkaufen müssen. Und ja, die Strohablage zum Einsammeln muss ich dann schauen, werde ich wahrscheinlich nur auf einem Feld voll machen. Weil wie gesagt, ich will einfach nur den Ladewagen einmal voll machen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dieses Feld hier mit Ablage fahren. Und wenn der Hänger dann voll ist, der Rest wird dann einfach untergekoppelt. Weil wir haben ja die Direktsähmaschine. Von daher ist das dann nicht ganz so tragisch. Gut, für ihn weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich mache. Ja, aber wir werden jetzt einmal mit dem Corona Big M starten. Und zwar werden wir jetzt dahin fahren, wo ich mein Gras immer näher. Und zwar ist das einmal neben Feld 10. Diese ganze Fläche rechts eignet sich optimal dafür, zu mähen. Und dann kriege ich den Ladewagen einmal voll. Und das reicht mir dann auch. Dann schalten wir den einmal an. Einmal senken. Ja, ich habe aktiviert ist Schwadablage. Ich mache das gleich auf Schwad. Dann brauche ich mir keinen Schwader zu kaufen, um das alles dann nochmal auf Bahnen zusammen zu machen. So geht das einfacher. Aber ich möchte euch damit jetzt nicht hier die Zeit verleumen, dass ihr jetzt denkt, ich mähe jetzt hier die ganze Zeit. Weil das ist ja zur Zeit intensiv. Das werde ich offline machen. Werde hier dann mähen. Und werde das dann auch einsammeln. Das mache ich alles offline. Und ja, unser Helfer ist jetzt auch fertig mit dem ersten Feld. Dann fahren wir gleich rüber, gleich nebenan zu Feld 11. Werden Feld 11 auch gleich unter Dreschen auf. Und diese ganzen Bäume, die da kommen sehe. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Und dort endlich unsere Holzproduktion zu starten. Das wird ein großes Projekt. Das weiß ich jetzt schon. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. So, nehmen wir einmal den Helfer hier wieder an. Lassen jetzt Feld 11 Dreschen. Ja, soweit gibt es jetzt eigentlich so nix zu tun. Dann würde ich einfach mal sagen, Freunde. Für ihn hier ist mir gerade was eingefallen. Habe ich noch eine besondere Aufgabe. Aber das sehe ich in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.